Wir haben uns überlegt, wir machen voll Action, wir machen keine Bewegungsmechanik oder Schlagtechnik oder sonst irgendwas, sondern halt Action. Könnt ihr euch mal grob so in einer Reihe aufstellen und mal abzählen, immer 1, 2, 1, 2, weil wir machen zwei Gruppen, damit wir das auch durchdrehen. Okay, wir wollen eine Bresche im Ball verteidigen. Das heißt, ihr seid Mitglied einer Mannschaft von einer Festungsbesatzung. Die bösen Angreifer haben einen Tunnel unter die Mauer gegraben, die Mauer ist eingestürzt. Zufällig wart ihr gerade da und habt wie durch ein Wunder unverletzt überlebt. Der Gegner schickt von außen einen Stoßtrupp von 6 oder 7 Leuten, die euch gegenüber ganz schlecht bewaffnet sind, nämlich nur mit Rapieren oder diesen wunderschönen Rapiersimulatoren, die wir da stehen haben. Wer seinen Rapier nicht hinhalten möchte, um diese Bresche auszukundschaften und zu gucken, ob man da eventuell durchkommen kann. Die einzige Möglichkeit, die ihr habt, um das zu verhindern, ist, euch selbst dieser Überzahl an Gegner zu stellen, was aber überhaupt gar kein Problem ist, denn Peace through Superior Firepower. So, das heißt, was machen wir? Wir kommen aus der Bresche heraus. Wir haben hier eine Gruppe von Angreifern. Was ist unser Ziel? Wir wollen die weghalten, weil wir können davon ausgehen, dass nach einer Minute ungefähr von hinten Verstärkung kommt. Was ist das Ziel von denen? Die wollen versuchen, möglichst heimlich, schnell und leise hier reinzukommen und vielleicht das Tor aufzumachen, das, warum auch immer, nicht verbarrikadiert ist von innen. Völlig egal. Sie dürfen nicht rein. Wenn einer alleine reinkommt oder zwei, wird denen das nicht helfen. Wenn mindestens, sagen wir mal, vier von den sechs oder sieben Angreifern reinkommen, wird denen das durchaus helfen können. Ja? Das heißt, wir sind der montante Träger, einmal alleine gegen eine Überzahl an Gegner und wir versuchen, die draußen zu halten. Wie macht man das? Wir haben uns eine Regel ausgeguckt, die super dafür passt. Roudinho Nummer 9, breite Straße. Wir haben Gegner nur vorne, wir wissen, von hinten wird keiner kommen. Das heißt, wie sieht der Bewegungsablauf aus? Ich brauche mal aus einer Gruppe vier oder fünf Leute, die sich hier einfach mal aufstellen. So ungefähr, in einer Reihe, hast du irgendwas, was du in der Hand halten kannst? Nein. Nein. Warte mal, hier. Du kannst einen von unseren Tollensimulatoren haben. So, das heißt, das ist unsere Bresche. Ja? Ich versuche, diese Bresche zu verteidigen. Das heißt, ich bewege mich. Sehr viel Reichweite, da fängt die Mauer an, an der Säule, ja, mit sehr viel Reichweite. Und zickzack, nach vorne und zur Seite. Das heißt, ich versuche, wenn die Leute hier auf mich zukommen, ich versuche, mich zu überwältigen oder sich reinzuschleichen. Mit drei Schritten zu einer Seite. Dann wechsle ich die Schlagrichtung. Schlagelaufen, Schlagelaufen, Schlagelaufen. Drei Ibe reichen völlig aus. Wenn ich wieder da bin, dringend nach vorne laufen, sollte ich weit genug gegangen sein. Weil wenn ich, ich bin zurück, zu weit nach vorne komme, es ist sehr einfach, um mich rumzulaufen. Ja? Dann muss ich mich dolle anstrengen. Wenn ich mich zu sehr auf eine Seite konzentrieren muss, ist da die Lücke zu groß. Ich muss die Leute also von der Mauer weghalten. Ich darf mich aber auch nicht zu weit von der Mauer entfernen. Deswegen, ich zeige nochmal den Ablauf. Gehe ich hier rüber. Dann wechsle ich die Schlagrichtung. So, welche Rübe angekommen sind? Kann ich mich wieder berghoch bewegen? Ich drücke Mauer. Zurück auf meine Startposition. Das ist die Bewegungssequenz. Wir haben zwei Breschen, zwei Tore. Eine Gruppe bleibt bei mir. Eine Gruppe geht mit Floh mit. Und dann kann jeder erstmal einmal mit dem Motante gegen die anderen Tropfen hier hoch durchlaufen. Dann machen wir noch einen Durchgang. Dann haben wir genug Zeit für alle mit ein bisschen mehr Tempo vielleicht. Und dann vielleicht noch einen Dritt. Dann können wir noch so ein paar Ponien hinten dran. Auf geht's. Drei Schritte Rechnung von rechts nach links zu kommen. Okay, jetzt rückwärts wieder ein Stück hoch. Da versucht sich jemand durchzuschleichen. Sehr schön. Okay, reicht. Danke erstmal. Wollen wir mal ein Bild lassen? Wenn ich mich anfange, hier rüber zu arbeiten und im besten Falle so schräg laufe, weichen die Leute dort im besten Fall zurück. Ich treibe die Leute hier zurück. Wenn ich jetzt hier sehe, dass da versucht sich jemand vorbeizuschleichen, nehme ich den Schwung meines Schlages mit. Dann fange ich hier wieder von vorne an. Andersrum geht das natürlich genauso. Wenn ich hier umgehe, dann versucht sich jemand hinter sich durchzuschleichen. Böse Überraschung. Nächster. Fang auf deiner rechten Seite an. Da, dass du schön dicht an der Mauer bist und wartest vor allem, bis die Leute rankommen. Energie sparen. Lass erst mal kommen. Und jetzt vorwärts. Und jetzt mal mit Rückgangschlägen. Jawohl, sehr schön. Bleib ein Stück nach vorne. Weg von dir. Pass auf. Jawohl. Keiner darf durch. Okay, du hörst die Verstärkung kommen. Langsam zurückziehen. Oben in die Bresche. Damit sie dich nicht überwältigen. Jawohl. Dankeschön. Nächster Seite an. Von rechts nach links laufen. Halt, halt, halt. Auf der Seite. Einmal gucken, dass du deine Reichweite aushaltst und guckst, okay. Hier kommt definitiv niemand mehr durch, ja. Und dann fängst du an, gehst Schritt nach vorne und wirst schräg. Und schräg in die andere Richtung und dann wieder langsam zurückziehen. Schön flach schlagen, nicht zu steil. Viel Raum abdecken. So eine Mischung aus Krumm und Mittelräumen. Kapitabildschirm. Das ist auch mal ganz gut. Zum Beispiel. So. Seitwärtsbewegung. Seitwärtsbewegung. Jawohl. Wechsel. Genau. Kleid zu zurück. Geh noch ein Stück nach vorne. Jetzt hat es. Okay, wir wechseln erstmal durch. Nächster. Dass diejenigen hier einmal dran war. Wir haben zwar die Bewegungsmuster. In und her. Was dabei aber sehr wichtig ist, ist, das merkt ihr, wenn ihr, wie gesagt, einmal zu sehr hier vor dem Tor stehen bleibt und zu stark in diesem Bewegungsmuster drinnen bleibt, das nicht durchbrecht, wird man berechenbar. Deswegen haben wir halt die Möglichkeit hier, über dieses schnellen Bewegungs- und Richtungswechsel unvorhersehbar zu sein. Die kann man auch einbauen. Wenn man niemanden im Totenwinkel sieht, der versucht sich vorbeizuschleichen. Was ich auch sehr gut mache, ist, guck mal kurz her. Wenn ich jemanden habe, also ich gucke mir den aus, weil der besonders frech ist, laufe nicht stupider auf den Zug, dann macht das ein bisschen ernster. Man hat ja keine Lust mehr vorbeizulaufen. Nie wieder. Das ist doch. Ganz so viel Drama liegt dir nicht. 3, 2, 1, los! Willkommen, ihr seid. Genau, los, Leute. Und auch die Weizen, die ist natürlich, wenn wir die Weizen, die brauchen wir nicht, weil das ist lieber optisch und rumschauen und das ist schwierig. Schalten, durchschalten. Los, show me your own face! Jawoll! Weil man sehr lange auf dem Balance gerät dabei ist. Wenn ich Platz habe. Ja, schwuppdiwupp bin ich wieder hier vorne, wo ich anfange halt zu arbeiten. Achtung, da kommt jemand durch. Link ist hinter dir. Wo ich dann hier vorne anfangen kann zu arbeiten. Das kann man in die Regler zurückgehen. Das war am Anfang echt schwer, die Weizen aufzuhalten. Das ist auch unverlassen. Genau. Das ist dann wieder das, was wir nicht behandeln. Körpermechanik? Möchte das noch jemand probieren? Ja, go for it! Ja! работ man aus. Ja! Peter